Ihr beide sollt still sein, bis ihr einen besseren Linksverteidiger hört als Maximilian Mittelstädt. Wir fangen an mit Rami Benzevaini. Robin Gosens. David Raum. Ian Marzen. Alphonso Davies. Alejandro Gimaldo. Bei Gimaldo hört es auf? Ja, muss man. Egal, also Mittelstädt, geisterkt eine geile Saison, aber Gimaldo ist echt... Gimaldo ist schon deutlich.